das um was stimmt wohl so gesellschaftlich zumindest damals okay was können wir denn jetzt noch machen tankstellen tanklaster tanklaster dank hat auch okay ich habe keine ahnung lesen soll kann ich nicht mehr auf die markt rote zum Glück habe ich die nicht programmiert sonst würde er jetzt irgendwelche Tasten von hier abfeuern ja das ist zu schlimm okay das hat nicht geklappt aber ich habe drücken mein Reifen ist sofort am Arsch gewesen das gibt es auch selten ähm okay erstmal die Stelle merken äh ich gehe jetzt hier in die Ecke merken damit ich da nochmal lang fahren kann bei die Nummer die ist definitiv nochmal da muss ich mir eine andere Hotshot ah Driftpumpe ach schade leider die Driftpumpe nicht bekommen naja ist gut dann dann sehen wir was haben wir denn da ein Pintbier eine heiße Tasse Kaffee das könnte ja mal reichen na doch reichen gut dann nein einen schnellen Wagen bitte vorzugsweise ein Hot Rod der nicht von einem Bomber ist sonst gibt es wieder Ärger und das will ich ja nicht was war denn hier irgendetwas interessantes nein scheinbar ist er oder? nein hm hm mit dem Truck komme ich da nicht sehr weit hm der Karre wahrscheinlich auch nicht hm eigentlich könnte man mit jeder Karre da lang fahren solange man nur genug Schwung hat hm mal sehen ob die genug Schwung aufbauen kann nein ich glaube nicht ich glaube einfach mal nicht ähm ah mein Lieblingskandidat das lila rosa Cabrio ähm wer auch immer das gefahren hat er hat sich nicht gut behandelt ok das dürfte jetzt auf jeden Fall mal die Power haben um die Nummer abzuziehen ja hier sehe ich schon die Bretter und ja alte dieser welch natürlich eigentlich ganz aber wooooowowowowowowowowowowowowowowow w creoce Coole Sache. Ich glaube man muss hier rüber? Nicht hier rüber. Ah, der Punkt ist anscheinend weg gewesen. Ok, dann eben. Leider haben sie mir einen Flugpunkt hier nicht gegeben. Na, aber toll, toll, toll. Scheiße, ist das Ding schnell. So ein paar Geschwindigkeitspunkte haben wir ja immer gebrauchen. Wie viel Sender ist es? 150, 60, fast 70. Ah, dafür hat es ja nicht mehr gereicht. Naja, das nächste Mal vielleicht. Das nächste Mal. Ok, ähm. Wo bin ich jetzt in Farbe? Mal sehen, was mich erwartet. Ah, ich hab da... Ich glaube keine Ahnung. Okay, dann... Sollten wir vielleicht da sein. Da sind wir gerade bei meiner alten Wohnung. Ja, so. So, zieh mal ordentlich dick die Spuren auf die Straße. Ja, genau. So, dann... Ah, hier hab ich ja ganz oben gewohnt. Ist ja nicht wie bei Joe, wo ich... Also, wo ich noch bei Joe gewohnt hab. Wo der... Ne, hab ich auch die Wohnung. So. Ah, geil. Das ist ja meine eigene. Uh, ein Flasch hier. Ein Sandwich. Und dann ist der Tag gerettet. Hoffen wir es doch mal. Hm. Jetzt müssen wir nur noch hier aufgehen. Ah, mein blödes Handy ist leer. Na, schreit nach dem Ladekabel. Mal sehen. Vielleicht kriegt's ja auch irgendwann ein. Wie böse. Unsichtbar oder was? Nja, bist du. Was denn sonst? Hm. Oh ja, den Wagen wollte ich noch aufhören. Der ist echt cool. Hm. Wagen, die man nur... Hm. Keine Geld, keine Werte. Schade. Ähm. So. Okay. Da haben wir doch einen... So ein hübscher Wagen. Verflucht. Nein. Hm. Kann ich den? Wah. 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 Ah. Okay. Verstanden. Hübscher am Boden. Schießt! Dahinten müsste irgendwo einer... sein. Hä? Wieso war der denn? Wieso hat er keine Punkte bekommen? Ich kriege ja keine Punkte für die Hollizisten. Nein. Stimmt doch was nicht. Nein, das waren irgendwelche Gangster, verdammt. Das ist jetzt aber wieder ein Polizist. weiter gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. So. Ich verstecke mich jetzt mal hier weiter. Wanted bin ich ja immer noch nicht. So weit wie so wie ich das sehe. Ah, nein, anscheinend nicht. Ah, aber jetzt dürfte keiner mehr in der Nähe sein. Und das Ganze ist für mich gegessen. Ich kann mein Auto knacken und bin zufrieden. Ein bisschen die Elektronik knacken und dann... Ah, da hängt wer fest. Dann kann ich schon mit meinem Auftrag gleich beginnen. Wenn ich ihn dann finde. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Ach, das Feuer ist auf. Schade. Was ein schöner Chor. Tanklast der Strunk. Oder auch immer. Sol Gravina schmuggelt Benzin mit Tanklastzügen durchs ganze Land. Jeder Lastwagen ist tausende von Dollar wert. Es wäre eine Schande, wenn seine Lastwagen plötzlich zerstört würden. Benzin ist schließlich so schrecklich entzündlich. Zerstört die Tanklastzüge. Sie steuert alle Tanklastwagen. Lass sie nicht entwichen. Achso, nicht erwischen, entwichen. Okay. Ich bin dagegen. Krieg ich noch Punkte für. Oh, da ist ein Tanklastzug der Haut um die andere Richtung ab. Ich hätte dem entgegen fahren können. Verdammt, komm schon. Ja doch, ich hätte ihm andersrum entgegen fahren können. Oh, da ist es doch schon, ich hätte. Oh, ich habe es einen Tanklastzug. Oh, Mann! Oh, nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Vielen Dank.